willkommen zurück zu einer weiteren folge von sfs colony und heute werden wir einige satelliten an unserer ms colony anbringen dazu haben wir zunächst hier diese erweiterung einmal quasi ein adapter von groß zu klein und dann hier ein quasi ein kreuz wo wir an jeweils den unteren drei anlocklocken satelliten anbringen werden die satelliten werden dann in einer zweiten rakete sein das hier ist natürlich wie ihr wisst eine avalon 1b und die satelliten werde ich mit einer avalon 6b in den orbit bringen also los geht's ein 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020